So, also, wir wollten ja das Tapie abspielen, ne? Zack. Walter, hallo! Happy Birthday, Experiment. Can trespassing idiots solve puzzles? I'm a lucky son of a bitch. You know what? I actually envy you. What? You don't believe me? This toy? Well, you can't fake this. Kid, that's taking me to waste to finish this. And it is finally ready. And it's all for you. Oh, come on now. Don't be like that. It's gonna be fun. Just you wait. Erinnert mich ein bisschen an Angelo. Geil, oder? Oh, jetzt... Oh, alter Schwedel. Was ist das? Ist das Diablo, oder wer ist das? Man hat nur noch ein Auge. Eine Kerze. Nehmen wir mal die Kerze. Alter Schwedel, nee. Ja. Nachsende Leven. Nachsende Leven. Over's Keith. Yeah. Woh-o-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo! Ja, Mann. Ja, wo kann ich die Kürze jetzt anzünden? Oh, kacke, ey. Komm, Cedric, dein Einsatz. Oh, kacke, dein Einsatz. Oh, fuck, Mann. Was mache ich jetzt? Was muss ich jetzt machen? Cedric, weißt du, was hier war? Ich will wie, ich suche. Hallo? Das ist doch Feuer, oder nicht? Brauche ich nicht. Ah, okay. Gut. Oh, okay. Oh. Okay. Oh, okay. ok was aber das macht doch spaß so das brauchen wir wahrscheinlich hierfür oder sonne ich wusste es alter schwede ohne den pass wird uns kaum gehen ok jenny du bist heute wieder charmant ja ich meine eigentlich ist es ja richtig aber solange wenn du mir jetzt nicht das was ich machen muss dann mache ich nur noch balance kaputt ich laufe schon weiter also ja das nicht ah fucking disgusting ein verschmutztes fernrohr ok warum was für den finger passt nicht ok ist für den finger muss man sauber lecken ja kann ich nicht halten ok vielleicht da drüben noch irgendwas ist alles voll von dem scheiß muss ich irgendwas jetzt machen hat was von sorry ja stimmt ich hoffe es gibt keine zeitbegrenzung hier sonst bin ich gleich am arsch also wir haben ein fernrohr wofür könnte man das fernrohr benutzen ach okay warte mal warte mal warte mal und ich dir gar nichts ein Q-Test hier, ey. Da blamiert man sich vor laufender Kamera. Also das geht hier nicht. Okay, 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 okay. Ähm. Also, hier nochmal. Also, das wird's nicht sein. Ein Finger fehlt. Ein Finger fehlt. Kommt kein Wasser raus? Ja, auch nicht. Also muss ja irgendwas hiermit sein, aber warum? Was könnte das sein? Warte mal, du Schlauchfuchs. Sag du mal was dazu. Waren am Schloss Buchstaben. Am Schloss stand nur Happy, äh Happy stand da. Happy steht hier. Äh, das wird ja immer mehr, ne? Oder macht das nichts? Ähm, stopfen. Ah. Ah. Okay. Was könnte da reinpassen? Stimmt. Gute Idee schon. Sauber, Junge. Alter Schweder, Mann. Wofür soll das Fähne aber jetzt sein? Vorher, Junge. Vögen? Ja. Vögen? Ja. Ich habe das Fähne. Ja, ich habe das Fähne. So was du? Ja, aber Passwort für den Ventilraum erhalten. Hä? Das Teleskop reinigen, Passwort für den Ventilraum erhalten. Sonst hast du nichts geschrieben. Welches Passwort finde ich? Alter Schüttel. Hänge-Männchen, Glocke oder was auch immer seine Embryo. Hänge-Männchen. Glocke oder was auch immer so lecker? Warum nicht? Nein. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Passt nicht. Ich wollte mich doch verarschen. Okay. Strohpuppel. Fühlt sich hart an. Warte mal, das ist doch wieder was für dich. Fühlt sich hart an. Da habe ich eine Strohpuppe. Okay. Strohpuppe, Strohpuppe. Was kann man denn? Strohpuppe machen. Die Blume stecken. Keine Ahnung. Nein. Wenn das Spiel mit solchen Effekten schon spielt. Mit Rohr reinigen. Ich wollte mich doch verarschen. Warte mal. 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 Ja, aber das kann man ja nicht eingeben, solange man das Passwort nicht hat. Also wahrscheinlich noch nicht bekommen hat. Ohne das Passwort wird es kaum gehen. Jetzt habe ich eine Strohpuppe gekriegt. Ja, äh. Puh. 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 Also Puh. 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 Wlich nicht so kompliziert. Puh. Ohne. Das war zwar ein R TVs. Das war einfach auf dem�를 Gottesf hizo. Im kleinen Video hier? Weil das Wasser direkt rauskommt. Das Wasser direkt rauskommt. Ich muss ja irgendwas übersehen haben, weil... Das Wasser direkt rauskommt. Das Wasser direkt rauskommt. Das Wasser direkt rauskommt. Also vielen Dank für die Tipps, ob Sie jetzt ergoogelt sind oder nicht. Aber bevor ich jetzt hier noch eine Stunde rumrätsel... Oh Mann. Wenn ich hier gleich mit der brennenden Kerze reinlaufe, brennt das bestimmt, oder? Irgendwie Brennstoff oder sowas. Weg der Loser. Oh, wo, 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 wo. Happy, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Okay. Ich wusste es. Irgendwas brennt, ja, jetzt muss ich hier rausrennen oder so wahrscheinlich, ne? Fuck. 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 Oh man! Fuck! Fuck! No! Happy Birthday! Du meinst wie Angelo, nicht wie Gommel, äh Gommelum. Aua! Ja, ich merk mir, Loser. Gommelum, ja. Also die Ladezeiten sind teilweise echt hart, oder? Ich mein, das... Ich krieg da von... Von Kopfschmerzen. So! Endlich! Dann speichern wir ja mal eben. Und dann müssen wir die beiden Karten eingeben, ne? Ja, wahrscheinlich ist Jab oder so irgendwie ein Wort in irgendeiner Sprache. So, aber was... Was hat uns das Tape jetzt effektiv gebracht? Eigentlich nichts, oder? Weil sonst... Hat das doch immer so Hinweise gegeben, was man... Oh, oh, guck mal hier ein Wackeldackel. Was man, äh... Machen musste, oder... Wo es später lang gehen wird. Aber das war jetzt irgendwie überhaupt nicht der Fall. Ja. Dann, äh... Wollen wir mal. Party, go on. Uh. Die haben sich richtig Mühe gegeben für die Party, wa? Let's... Play. Nicht cool. Hm. Also, wenn Jenny schon Pissen geht, dann kann hier nichts, äh... Äh... Schlimmes passieren, glaube ich. Oder? Hä? Ich will ein Schlimmes des Spann. Warum? It ain't work. Ethan. Ethan. Ethan, Ethan. Hold on, hold on. Hold on, I got something for you. Looky, looky, what I've got. You know what this is for? You know what Zoe wants to do with this? She thinks this thing is special. No, Ethan. That ain't special. This. This right here is special. Oh, no. You see, Ethan? Oh. Oh. Everybody wants to turn back the clock. What? What, Evelyn? I'm just trying to show him. I'm just trying to show him not everybody wants to go back to how things were. There's a stupid bitch. He doesn't understand that I don't want to go back to how things were before my father found y'all. Not everybody wants to turn back the clock. So. So, Ethan. Ethan. You can, uh... You can, um, crawl around underneath that filthy, rotten house. Oh, you all looking for them ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. You're gonna have to come through me. You hear? Come on, Ethan. What do you say? Wow. Look at the controller vibriert. Okay. Crowd. Was war das? Was war das? Was war das? Also, wenn es schon Munition gibt, dann kann es nur heißen, Bossalarm, oder? Ah, hier sind zwei. Okay. Oh. Schatzkarte, gut, 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 Stichwort. Oh. Sau gut. Sau gut. Was bedeutet denn Reparatursatz? Ah, wir haben nämlich eine defekte Pistole, aber ob die Pistole jetzt so geil ist, weiß ich auch nicht. Pfff! Sorry for the mess! Pinnoy... Ach, das ist der Raum hier, wo man reingeschliffen wurde. Oh, hier, guck mal. Ja, Angelo, wie viel heilt das denn effektiv, wenn man nur so ein Kraut frisst? Ja. 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 Ja.